So, das ist die Krossevieländer Ente, eine Spezialität seit über 40 Jahren im Nantoschera. Wenn Sie das jetzt mal probiert haben, dann essen Sie nie wieder eine andere Ente. Man spricht ja auch davon, dass Sie so zart sind wie ein Loll in den Arsch. Das sind Katzkopfgraupen mit gebraten Himmel und das gebackene ist Graupenbrot und Grützkost. Das sind ja schon unsere Weinkarte. Und das ist der Weinkeller. Das Gesamtkonzept von Nantoschera ist die norddeutsche Hochküche, regionale Produkte. Ganz wichtig ist für uns die Handwerkskunst. Es macht uns sehr viel Spaß für die Nachhaltigkeit zu arbeiten. Erstmal ist es ganz wichtig, dass man Spaß an seinem Beruf hat, dass man die Gäste mag, dass man begeisterungsfähig ist, dass man viel Spaß hat, seinen Humor nicht verliert und den jugendlichen Leichtsinn beibehält. Ich bin der Meinung, dass diese Küche, die wir zurzeit machen, unheimlich gut ankommt und auch immer zeitgemäß ist und bleibt. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020